Hallo und herzlich Willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast zur WM 2022, die ab sofort zu Ende ist. Die WM ist am Ende. Philipp, mein lieber Kollege, mit dem ich diesen Podcast hier aufnehme. Hallo. Hallo, grüß dich. Mikrofon einschalten könnte nicht schaden. Ja, hervorragender Beginn, kann man auf jeden Fall sagen. Mein Name ist Tom Schaffer, falls ihr es noch nicht gewusst habt, wenn ihr eigentlich zuhört. Aber, Entschuldigung, es passt auch irgendwie, weil auch die Franzosen sind etwas spät zur Party gekommen im Finale. Das stimmt. Ja, und über dieses Finale werden wir heute hauptsächlich sprechen. Wir haben gesagt, das Spiel um Platz 3 am Samstag, ja, das ist schon zu lange her, beziehungsweise gibt es nicht so extrem viel dazu zu sagen. Am Schluss hat, wie wir alle wissen, naja, die Kroatien sich diesen dritten Platz geschnappt mit einem verdienten Sieg gegen eine relativ am Ende ihrer Kräfte befindliche marokkanische Mannschaft, wie ich sage. Gut, aber das Finale, da gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Wir haben uns ja, ich glaube, wir haben, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir es gesagt haben im letzten Podcast, aber wir haben uns kein geiles Spiel erwartet eigentlich. Nein. 80 Minuten war es auch nicht so. Ja, wir haben 80 Minuten komplett recht gehabt, wobei ich ein bisschen überrascht darüber gewesen bin, dass es deshalb gewesen ist, weil Argentinien einfach so viel besser gewesen ist als Frankreich. Frankreich definitiv kaum am Spielstart teilgenommen und bis zum ersten Tor auch nicht aufs Tor geschossen. Eine ziemliche Frechheitsleistung eigentlich von der Truppe von Dijon und, naja, wir reden jetzt gleich mal ein bisschen über die Gründe. Über die Gründe, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich so 70. 75. das war alles auf Schiene, das war alles sehr souverän. Und 45 Minuten später habe ich mir dann gedacht, also die hätten nicht einfach das Ding 2-0-Fahrt runter spielen können. Also für den neutralen Zuseher war es sicherlich so ab der 80. ein wunderbares Spiel, aber natürlich aus französischer Sicht auch tatsächlich so, dass sie es fast wirklich noch gewonnen hätten. Aus argentinischer Sicht, ja, sie haben mal wieder den harten Weg genommen. Ja, den harten Weg, aber zuerst einmal den sehr guten Weg. Reden wir kurz drüber. Es gab eine Umstellung in der Aufstellung, natürlich. Der Scaloni hat Paredes rausgenommen und die Maria gebracht, mehr oder weniger, und das hat sich als ziemlicher Geniestreich entpuppt. Es war für mich vorher nicht so klar, ob man die Maria bringt, nachdem Argentinien ja eigentlich ziemlich gut funktioniert hat jetzt im Laufe des Turniers und man ihn nicht so richtig gebraucht hat. Aber das hat schon eine große Rolle gespielt, finde ich, taktisch, dass er da war. Das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt und vor allem der Umstand, dass er auf der linken Seite gespielt hat, weil er kann ja dann auch von der anderen Seite spielen. Es war dann so, dass die Maria eben die linke Seite übernommen hat, dafür Alexis McAllister von so dieser halb linken Hybridposition, so halb links, halb acht, halb Außenbahn, jetzt wirklich auf die acht ins Zentrum gegangen ist, statt Paredes mit Enzo Fernandes hinter ihm und Rodrigo de Paul weiterhin auf der linken Seite. Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite und Rodrigo de Paul hat so ein bisschen auch die Rolle gespielt, die Jordan Henderson im Viertelfinale für England gespielt hat, in der taktischen Herangehensweise gegen eben die starke französische Seite mit Theo Hernandez und Kylian Mbappé mit Molina hinter ihm, der den Kyle Walker gegeben hat, Tom. Ja, genau. Also das war eh sehr schnell ersichtlich, dass sie das sehr ähnlich probieren. Eben Molina hat mehr oder weniger Manndeckung gespielt auf Mbappé und de Paul dann, ja, war der Free-Floating-Player, der alles andere gemacht hat auf dieser Seite. Also wenn Hernandez gekommen ist, hat er den aufgegriffen. Wenn gegen Mbappé abzusichern war, hat er das gemacht. Wenn es nach vorne gegangen ist, war er natürlich auch, hat er auch mitgemacht. Ich würde sagen, er hat vielleicht einen bisschen kleineren Radius in seinen Aktionen gehabt, dass es der Henderson bei England gespielt hat. Aber insgesamt hat mich die Herangehensweise natürlich sehr, sehr daran erinnert. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Seite, dass Mbappé im Prinzip, also in der 75. Minute, habe ich mir gedacht, okay, Superstar. Der war jetzt im Prinzip bis auf das eine Solo im Halbfinale zweieinhalb Spiele in der entscheidenden Phase des Turniers komplett abgemeldet. Und Mbappé hat keine Rolle gespielt. Ja, boah, hat sich das hinten auch noch geändert, muss man sagen. Das hat sich geändert. Vor allem, ich meine, es war jetzt keine direkte Folge davon. Aber Didier Deschamps hat schon im Laufe der ersten Halbzeit, also nach dem 0 zu 2, und was war das für ein geiles Tor, bitte, von Di Maria in der Entstehung. Ja, super Tor, also super Team-Tor über sieben Stationen, ein Hexens-Zweimal-Perfekt rausgespieltes Tor. Aber da sind wir aber schon zu weit, weil soweit sind wir noch gar nicht. Dann reden wir nachher noch drüber, dann reden wir vorher noch drüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Argentinien diesen 2 zu 0 Vorsprung gegen Ende der ersten Halbzeit gehabt hat. Ja, also um nochmal auf die Di Maria-Sache drauf zu kommen, der ist links drüben gewesen, hat trotzdem sehr gut mit Messi, der eher auf der rechten Seite spielt, zusammen kombiniert. Und die schiere Anwesenheit von Di Maria auf der Seite da drüben hat Frankreich taktisch hart überfordert, finde ich. Also die haben sich ja darauf konzentriert, natürlich rund um Messi nicht allzu viel Abstand zu lassen. Und auf der anderen Seite haben sie dann aber nicht genug Leute gehabt, um das Gleiche auch nochmal mit Di Maria zu machen. Der ist dann immer wieder freigestanden, hat die Bälle immer wieder von Messi gekriegt, der trotz seiner Sonderbewachung auch anspielbar war und die Bässe, die schnellen Dribblings und das Weiterleiten einfach perfekt drauf hat. So auch beim zweiten Tor, aber das kommt noch nicht. Das kommt noch nicht, weil auch das 1 zu 0 für Argentinien ist über diese Seite, über die Angriffsseite von Di Maria entstanden. Jetzt hat Di Maria, der Gegenspieler von Angel Di Maria, war Jules Condé, der ja von Haus aus eher der Defensivere von den französischen Außenverteidigern ist, der tendenziell eher hinten bleibt. Also Frankreich dann, wenn sie es mal versucht haben von hinten aufzubauen, ist dann gern mal eben Theo Hernandez auf der linken Seite nach vorne. Dafür ist Condé eher hinten geblieben, Dreieraufbau ein bisschen probiert. Aber das hat natürlich auch geheißen, dass er die Maria mehr oder weniger im Alleingang hat nehmen müssen und dass auch die Maria immer wieder mit Tempo auf ihn zulaufen hat können. Ja, die eine Sache, die ich dir jetzt nicht beantworten kann, weil wir das Spiel einfach nur einmal live gesehen haben, ist die Rolle von Alvarez. Die wäre natürlich spannend, weil der muss im Prinzip auch immer wieder Leute gebunden haben und das wäre mir jetzt im Spiel nicht so ins Auge gestochen, ehrlich gesagt. Aber das ist eigentlich nochmal so ein bisschen ein Passelstein möglicherweise, warum dir Maria immer wieder so viel Platz gehabt hat. Und ja, beim 1 zu 0 ist er aus einem Elfmeter gefallen. Der war vor allem bei französisch freundlichen Menschen ein bisschen umstritten, muss man sagen. Ich halte ihn für okay. Die Maria geht vorbei an Dembélé, der geht ihm nach und im Strafraum kommt zu einer kleinen Berührung, und die Maria fällt und liegt am Boden. Ich habe während der Übertragung schon Elfmeter geschrien, bevor der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hat und gepfiffen hat, weil ich mir einfach in der Live-Geschwindigkeit so sicher war, dass das einfach ein klares Foul war. Und je mehr Wiederholungen gekommen sind, desto mehr habe ich mir gedacht, Puh, also auch Foul war da nicht. Und da dürfen sich die Argentinier zumindest nicht beschweren drüber. Ich denke auch, dass es okay ist, dass man den schon geben kann. Ja, ich glaube sogar, wenn es die Berührung gegeben hat, und das war eben ein bisschen schwierig zu sehen in dieser ganzen Aktion, weil die Aktion hat mehr oder weniger am ganzen Körper stattgefunden und irgendwo muss aber beim Bein eine Berührung gewesen sein. Die habe ich jetzt auch nicht super ausmachen können. Aber für mich, was dafür gesprochen hat, dass es die gegeben hat. Erstens, weil ich rein normal aus der Sicht von dem Maria hat es keinen Grund gegeben, sich da hinzulegen. Der war quasi schon einen Meter vor seinem Gegenspieler. Der hat leider mal wirklich gewusst, dass er in einem Zweikampf ist und ist plötzlich auf der Schnauze gelegen. Und die Art, wie er gefallen ist, hat für mich auch nahegelegt, dass er irgendwo mit dem Fuß ein Problem gehabt hat, weil er nicht einfach umgefallen ist, nicht einfach nach vorne geschwebt ist, wie das bei Schwalben halt so gerne passiert ist, sondern da hat es ihm wirklich irgendwie die Füße ausgehoben unten. So wie bei Herrn Lukas, für Rama ein bisschen später. Genau, und der spätere Elfmeter, für mich im Prinzip das genau Gleiche, nur dass man dort die Berührung ein bisschen besser gesehen hat. Und im Endeffekt glaube ich, dass der Schiedsrichter sowieso eine fantastische Idee gepfiffen hat und auch da Recht gehabt hat in dieser Situation. Auch wenn ich verstehe, dass wenn man Frankreich-Fan ist, dass man in der Situation schaut, keine Berührung, keine Ahnung, weil man sie ja vielleicht auch gar nicht sehen will. Und wenn wir schon sie suchen, uns schwer dabei tun, verstehe ich schon. Aber ich glaube, es hat gepasst. Der ganze Bewegungsablauf von Di Maria hat zu einem Foul gepasst für mich und war keine Schwalbe. Genau, und Lionel Messi nimmt sich den Balltritt an, haut die Kugel zum 1 zu 0 ins Tor hinter Hugo Lloris und bei Frankreich ändert sich nach dem Rückstand nichts. Die bleiben genauso seltsam, ich möchte nicht sagen abwesend, aber teilnahmslos, ein bisschen passiv. Ich habe mir dann in der Phase auch gedacht, vielleicht hat doch dieser Virus, der da umgegangen ist, kolportierterweise vielleicht doch ein bisschen an den Kräften gezehrt. Es war einfach, selbst für französische Verhältnisse, eher strange, wie überhaupt nicht die im Spiel waren. Ja, stimmt. Es ist noch passiver als sonst schon in den Phasen, wo sie eben nicht wirklich auf den Tor drängen wollen. Ich glaube, sie waren einfach von dieser Aufstellung überrascht, sehr stark. Das spricht auch dafür, dass es dann ja recht schnell zum Wechsel gekommen ist. In der 40. Minute war es nach dem 2 zu 0. Ich hatte schon erkannt, heute wird das auf diese Weise keinesfalls was. Wir werden über den Wechsel noch kurz quatschen, aber für mich war ganz klar, die haben mit der Aufstellung von Argentinien, mit dieser taktischen Einstellung schwere Probleme gehabt und überhaupt nicht damit gerechnet. Weil eben wirklich eine offensive Präsenz wirklich auf der linken Außenbahn da war, die wirklich auf der linken Außenbahn gewesen ist und geblieben ist und von dort nach vorne gegangen ist. Was sie im ganzen Turnier nicht wirklich gemacht haben. Ja, genau. Beziehungsweise das eben oft war, dass McAllister eben diesen angesprochenen halb-links-acht-Außenbahn-Hybrid gespielt hat und die Breite auf dieser Seite vom Außenverteidiger gekommen ist, von Arconia beziehungsweise von Tagliafico. Ja, von dem her auf jeden Fall 1 zu 0 auch für Scaloni, nicht nur für Argentinien in der Situation. Das zweite Tor dann auch eines der schönsten Tore des Turniers. Wir haben es schon kurz angesprochen. Da sind die Franzosen einmal nach vorne gegangen und prompt ausgekontert worden. Genau, Messi mit dem Steilpass auf McAllister aus der eigenen Hälfte raus. McAllister geht dann Richtung Strafraum, legt den Ball quer auf die Maria, der richtig im Sprint danach geht. Und der Ball kommt Zentimeter genau und die Maria muss nur noch versenken und macht das auch. 36. Minute, 2 zu 0 für Argentinien. Und das war auch verdient. Ja, hat vollkommen gepasst. Und eben vier Minuten später dann für den Jean, glaube ich, hat er überhaupt in einem WM-Finale wahrscheinlich extrem ungewöhnlich Doppeltausch bei Frankreich. Da hat er dann den Giroud und den Dembélé runtergenommen und gekommen sind... Andal Kolomouani und Lucas Thuram, die dann die Außenbahnen übernommen haben, dafür ist Mbappé ins Zentrum gewandert und hat sich das ein bisschen der Mann-Deckung von Manuel Molina entzogen. Genau, also für mich... Ich habe jetzt nicht intuitiv sofort sagen können, was da der Hintergedanke ist. Ich habe dann ein bisschen darüber nachgedacht. Da habe ich mir gedacht, okay, was versucht er hier? Wahrscheinlich will er den Druck der Argentinier ein bisschen dadurch ausgleichen, dass er Mbappé in diese ganz letzte Reihe stellt. Dass er sagt, die Innenverteidiger müssen sich jetzt auch mit dem beschäftigen, können nicht so weit aufrücken, müssen immer damit rechnen, dass er jetzt gleich zu einem Sprint-Duel kommt. Das wäre für mich so ein bisschen die logischste Variante, weil er eben viel mehr Tempo mitbringt als Giroud in der Mitte. Skurrilerweise, das Spiel hat es jetzt nicht gravierend geändert. Es war so, dass, glaube ich, fünf bis zehn Minuten später, noch vor der Pause, hat Frankreich einen Freistoß gehabt, der perfekt für Giroud gewesen wäre. Also die Flanke in Reihen, wo alle vorbeisegeln, keiner so richtig auf den Kopfball geht. Aber ja, ansonsten, es ist schon so, dass Argentinien zu dem Zeitpunkt, finde ich, ein bisschen weniger dominant geworden ist, aber könnte auch schlicht damit zu tun haben, dass sie zweimal geführt haben, wie wir gesagt haben. Und ja, was ich Dijon da halt zugutehalten würde, ist, dass er erkannt hat, okay, wir haben jetzt mit diesem Approach mehr oder weniger eine Weltmeisterschaft plus sechs Spiele gewonnen. Heute wird das so nichts und versucht hat, schnell zu reagieren. Dass es jetzt den durchschlagenden Erfolg gehabt hätte, hätte ich jetzt nicht gesehen, aber ja. Nein, das ist tatsächlich, also plus fünf Spiele. Wir dürfen Tunesien nicht vergessen. Stimmt. Tatsächlich hat es nicht so den ganz großen, durchschlagenden Effekt gehabt. Also es hat jetzt sowohl Randall Kolomoani dann ein recht vernünftiges Spiel abgeliefert. Und es ist jetzt sicher nicht so, dass dieser Stürmer von Eintracht Frankfurt eine dramatisch schlechtere Figur abgegeben hätte, als der Kerl vom FC Barcelona, den er da ersetzt hat. Aber tatsächlich, wie du richtig sagst, auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit ist das einfach, hat man das Gefühl gehabt, das Ding, das plätschert jetzt einfach einem 2 zu 0 Sieg von Argentinien entgegen. Und es passiert eigentlich nicht wirklich was. Und was dann aber gewesen ist, ist in der 64. Minute, da nämlich war für die Maria der Akku leer. Es steht schwer zu vermuten. Also das kann ja keine taktischen Gründe gehabt haben. Das war ganz klar. Aber der ist ja nicht fit ins Turnier gegangen, wissen wir. dementsprechend natürlich ist da der Saft leer gewesen. Was vorher noch passiert ist, war eine weitere umstrittene Situation, die auch nicht so gut ins Verschwörungstheorie, die Verschwörungstheorie der französischen Fans gepasst hat, nämlich ein wirklich böses Foul von Rabiot, der von hinten eigentlich in DePaul rein grätscht und ihn eigentlich umzwickt. Und dies, was ich als dunkle Orange bezeichnen möchte, aber schlusslich mit einer gelben Karte davon gekommen ist, was im Großen und Ganzen zur Linie gepasst hat und auch passt. Also finde ich, ist das keine umstrittene Entscheidung. Aber die, wo ich fragen möchte, hätte auch anders ausfallen können. Also da hat man Frankreich mehr oder weniger im Spiel gehalten, damit das mit diesem berühmten Fingerspitzengefühl und mit dem konsistenten A zu pfeifen, indem man Rabiot da drinnen gelassen hat. Ja, dann die Maria raus. Frankreich hat kurz... Und ja rein im Übrigen. Genau. Eher die defensivere Variante. Also es hat dann Argentinien auf der linken Seite mit zwei Außenverteidigern gespielt, gelernterweise. Frankreich hat kurz darauf reagiert. Also fünf Minuten später hat er, hat der Jean dann Coman und Camavinga gebracht, Griezmann und Hernandez raus und hat dann im Prinzip 4-2-4 gespielt. Also die sind mehr in die letzte Reihe gegangen. Und ja, ich glaube nicht, dass das der Grund war, dass das Spiel sich da gedreht hat, ganz ehrlich. Der Grund war ein anderer. Für mich ist ganz klar gewesen, dass dem DePaul was Ähnliches passiert ist wie dem Henderson, dass er so viele Aufgaben gehabt hat durch diese Manndeckung für Mbappé, durch diese vielen, vielen Aufgaben, die er hinten, die dadurch der Achter übernehmen muss, dass er eigentlich komplett paniert gewesen ist. So eben ab der 70. Minute ist da nicht mehr viel gegangen. Er war nicht der Einzige, aber bei ihm war es natürlich besonders offensichtlich, auch weil er so viel gefault wurde. Und aus der Situation raus, aus dem, dass sich da ein paar Räume ergeben haben, sind die beiden Gegentreffer, dann finde ich eher zu erklären, die noch gekommen sind. Genau, weil das ist dann eben genau die Seite gewesen, wo Kingsley Coman dann gespielt hat und hingekommen ist. Wie du richtig sagst, Colomboane ist dann eher Richtung Zentrum gegangen, als Partner von Mbappé. Und Coman nämlich dann eben auch als ganz, ganz frischer Spieler, der ja auch eigentlich im Turnierverlauf nicht die ganz große Rolle gespielt hat bei den Franzosen, gegen Rodrigo DePaul, der, wie du sagst, schon ziemlich am Zahnfleisch gekrochen ist. Und das hat man dann eben auch bei dem einen Tor gesehen, was die Franzosen aus dem Spielverlauf geschossen haben. Das war ja de facto eigentlich ein Ballgewinn, den Coman dann erzielt hat und auch schnell umgeschaltet hat. Aber das war genau die Phase, so 70., 75., 80., wo das Ding dann, ich möchte nicht sagen, Richtung Frankreich gekippt ist, aber wo die Franzosen sehr wohl spürbar so ein bisschen die zweite Luft dann bekommen haben. Ja, oder die erste, je nachdem, wie man es sich so anschaut. Oder die erste. Wobei, ich entschuldige mich für den Schmäh, ich glaube, der ist im ORF heute schon gefallen. Kann ich nur sagen, ich habe es bei der deutschen Konkurrenz geschaut. Nein, aber es ist, ja, war, stimmt, dann ist die zweite, natürlich, und mit dem Treffer ist es dann wirklich einfach, mehr oder weniger, das hat das Adrenalin in die Blutbahnen der Franzosen geschossen, da ist es dann nochmal so richtig losgegangen. Hallo, Momentum. Ja, und der Elfmeter in der 79., eben das Foul und dann Mbappé tritt an, schießt, Martinez ist mit dem Handschuh dran. Also auch das so ein ganz kritischer Moment. Jetzt hinten nach sagen wir, okay, Mbappé hat ab diesem Moment eine Riesenpartie geliefert. Wenn der mit dem Handschuh noch ein bisschen näher rankommt, reden wir über das wahrscheinlich nie, dann heißt es, der hat die Nerven weggeschmissen im Finale. Aber der Ball geht rein, Elfmeter ist drinnen, 1 zu 2 und unmittelbar danach eigentlich die Führung für Frankreich. Und Argentin hat sich dann ein bisschen schwergetan, aus dieser Igelstellung wieder rauszukommen. Ja, also die letzten, ja, was waren es, also es waren 8 Minuten plus wie viel Nachspielzeit, waren nochmal 8, also sagen wir, die letzte Viertelstunde dann, das war ja das pure Chaos in dem Spiel. Also da war ja überhaupt gar nichts mehr von irgendeiner Form von Struktur. Da hat jeder irgendwie gleichzeitig geschaut, vielleicht das 3 zu 2 noch zu schießen und gleichzeitig aber auf keinen Fall das 2 zu 3 zu kassieren. Und damit haben sie beide irgendwie nichts davon wirklich gemacht. Und das war einfach nur noch ein random Kickabout. Aber tendenziell mit leichten Vorteilen auch in dieser Phase für Frankreich. Ja. Zum 2 zu 2 noch was, da haben wir noch eine Situation zu besprechen. Die Franzosen rennen zum Eckballfahne und jubeln. Und dann gibt es da auf Social Media ist ein Video herumgegangen, wo sich alle so gefragt haben, was hat es denn damit auf sich? Und zwar, ich glaube, Upa Meccano rennt so als letzter Franzose in die Jubeltraube. und einer der, ich weiß nicht, welcher Franzose es gewesen ist. Irgendjemand schupft ihn wieder zurück aufs Spielfeld, so als würde er nicht wollen, dass er mitjubelt. Und da gibt es ein paar Theorien dazu, warum das möglicherweise der Fall war. Es ist nichts von einem Konflikt zwischen Upa Meccano und der restlichen Mannschaft überliefert, muss man sagen. Auch wenn Upa Meccano kein grandioses Turnier gespielt hat, aber das war es nicht. Übrigens überraschend, dass er gespielt hat heute. Ich finde auch. Ich habe mit Conor D gerechnet. Richtig. Ich auch. Andererseits, weil Upa Meccano eben im Viertelfinale nicht wahnsinnig gut gespielt hat und Conor D dann im Halbfinale eigentlich schon. War eine überraschende Veränderung. Aber ja, der Hintergrund ist, dass offensichtlich seit 2018 so eine Art Erzählung unter Spielern gibt, dass, wenn alle Spieler vom Spielfeld rennen, der Gegner sofort den Anstoß durchführen kann. Und es war nicht ganz leicht rauszufinden, aber ich glaube, das ist eine falsche Erzählung. Ich habe dich dann kurz gefragt, ob es dir eine Regel gibt und habe dann auch die Anstoßregeln nochmal rausgeholt aus dem Louse of the Game. Ich habe sofort gesagt, ja, stimmt, weil ich das selbst auch schon zwei, dreimal gehört habe. Ja. Aber die Regel heißt, all players except the player taking the kickoff must be in their own half of the field of play. Und jetzt glaube ich nicht, dass das Out auf der anderen Seite zu der eigenen Hälfte gehört. Ich glaube nicht, dass ein Anklick so einfach durchgeführt werden könnte. Und ja, aber die Erzählung gibt es unter Spielern und offensichtlich ist das der Grund, warum er Obo Meccano wieder zurück aufs Spielfeld gesetzt hat. Wenn zumindest ein Franzose auf dem Feld ist. Ja. Und jetzt sagen wir mal, auch wenn das vielleicht ein falscher Glaube ist, würde ich sagen, super geistesgegenwärtig. Du bist gerade in der Euphorie deines Lebens. Zwei zu zwei. Du kennst dich nicht aus. Du weißt eigentlich überhaupt nicht, wie du im Finale nochmal zu diesen Freunden gekommen bist. Und dann sagst, hopps, da gibt es eine kleine Regelproblematik irgendwo in den Eingeweiden der Laws of the Game. Ich schupfe mal den anderen Spieler zurück aufs Feld. Ich meine, er hätte auch selbst hingehen können. Aber nur um das zu erklären, es war offensichtlich keine Böswilligkeit gegen Obo Meccano. Es war Aberglaube, der schuld war an dieser Situation. Ich schaue mir jetzt kurz das Video nach. Ich kann es nicht erkennen, wer das ist. Es ist relativ unscharf, das Video. Es ist auch egal. Ja, dann steht es 2 zu 2. Wir haben in der Viertelstunde das heilige Chaos. Und dann hat Martinjag ein Einsehen und sagt, so, jetzt beruhigen wir uns wieder alle. Nachschlag. Nachschlag. Ja, und dann ist auch tatsächlich einige Zeit gar nicht so viel basiert. Also die ersten Minuten der Verlängerung waren jetzt noch kein Chancenfest. In der 102. Minute hat Scaloni dann endlich ein Einsehen und hat den Ball runtergenommen. Der hat, wie gesagt, der war in der 70. Blatt und nach 118 gespielten Minuten, also inklusive der Verlängerung und Nachspielzeiten, hat er dann tatsächlich seinen Feierabend machen dürfen. Paredes ist zurück ins Spiel gekommen und ab dann, holy fuck. Ja, und dann gibt's, also wenn das das entscheidende Tor zum Sieg gewesen wäre, das 3 zu 2, dann wäre das das grandioseste Garbage-Goal in der Geschichte von WM-Finals. Und ja, es war zweimal knapp dran am Abseits, es war keins und am Ende war es dann die Punkt 1, die Torlinien-Technologie, die gesagt hat, der Ball ist hinterm Tor und der Videosystem-Referee, der den Assistenten überstimmt hat, der hat nämlich geglaubt, es war Abseits. Ja, zum Glück gibt's WAA, kann man sagen, es war ein absolut reguläres Tor, dass wir nicht gesehen hätten, hätten wir kein WAA gehabt, weil der Lierenrichter wollte die Fahne heben. Hat's dann natürlich später auch gemacht. Das war auch eine seltsame Situation, habe ich vorher noch nie so bewusst erlebt, dass gleichzeitig der Lierenrichter die Fahne hebt und der Schiedsrichter aber auf den Mittelpunkt zeigt. So als wäre er in der Sekunde schon überstimmt gewesen, ich weiß es nicht. So diese gleichzeitige Anzeige von zwei widersprüchlichen Symbolen habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen zumindest. Also, es wurde definitiv, es war definitiv nicht so, dass der Schiedsrichter da schon das definitiv überstimmt gehabt hat, weil es hat relativ lange gedauert und es gab dann noch einen zweiten Jubel, wie es dann gedeutet wurde. Ja, das Tor steht. Es steht 3 zu 2. Für Argentinien, also erzielt in der 109. Der Jubel war dann, also festgestatten ist es dann in der 111. Da haben wir noch zehn Minuten gehabt und Frankreich auch da irgendwie in der Verlängerung, jetzt nicht ganz in dieses Passive zurückgefallen, aber man hatte schon den Eindruck, dass Argentinien vielleicht so 60, 40 leicht wieder die Überhand bekommt, habe ich den Namen gehabt. Ja, wir hatten auch unmittelbar vor dem Tor eine Situation, über die ich noch gerne reden möchte. Das ist nämlich eine Chance, ich weiß gar nicht, wer sie gehabt hat. Es kommt zu einem Schuss und Uppomecano grätscht dazwischen in der Vollgrätsche, kann ein Abbrachen und dann kommt Montiel, der eingerechselt worden ist von hinten und mit einem eingesprungenen Volley, den ich so auch noch nicht oft gesehen habe, pfeift der Ball in Richtung Kreuzeck, wo Varane seinen Schädel dazwischen hält und das war irgendwie so ein Mittelding zwischen größtes Tor der WM-Geschichte und naja, irgendjemand hat seinen Schädel hingehalten, weil auch da die Margins extrem knapp, muss man sagen. Das war 107. war das, glaube ich. Ja, ich habe sie in der 105. aufgeschrieben, also ja, ungefähr. Auf jeden Fall hat das auch zu einem, diese Szene zu einem Rekord geführt, der Didier Deschamps dann gebührt, das hat es ihm nämlich ermöglicht, als erster Trainer in der Geschichte von WM-Finals siebenmal zu wechseln. Erklären Sie sich. Erklären Sie sich. Raphael Varane ist kurz danach ausgewechselt worden und zwar nach dem Concussion-Protokoll, das besagt, dass seit, also bei die, ich bin mir nicht sicher, ob das im Saisonverlauf schon so war, aber bei dieser WM auf jeden Fall und da ist es auch schon zweimal zur Anwendung gekommen, dass es einen Extra-Wechsel gibt, der nicht das Kontingent belastet, wenn es eine Auswechslung ist bei einem Verdachtsfall für Gehirnerschütterung. Es war ein Iraner in der Gruppenphase, der iranische Torhüter, den das schon betroffen hat und fragt mich jetzt nicht, wer der Zweite war, aber auf jeden Fall ist Varane dann ausgewechselt worden nach Concussion-Protokoll und in der 120. Plus 1 hat es dann noch einen Wechsel gegeben, Saliva ist er glaube ich noch gekommen für Schlag mich tot für Kondé. Das war der siebente Wechsel und das war möglich, weil eben Raphael Varane 113. ausgewechselt für Conaté wegen Concussion-Protokoll. Da gab es dann eben auch das Bild, dass er gar nicht mehr nach außen gegangen ist, sondern dass er hinter der Torauslinie gelegen ist mit dem Kopf nach unten und sichtlich nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte war. Sowieso nicht nach 113. Aber man schon gesehen hat, da hat es eher was gesundheitliches, als was die Fitness angeht. Ja, eine sehr sinnvolle Regeländerung jedenfalls, kann man sagen. Also zumindest in dem Sinn, als dass es einfach jeden Druck rausnimmt, in der Situation weiter zu spielen. Man könnte natürlich diskutieren, warum ein gebrochener Fuß dann nicht auch eine Ausnahmeregelung ist, aber es ist tatsächlich eine gute Sache, dass wir da jetzt nicht mehr die Situation haben, dass ein Spieler irgendwie aus einem Druck verspürt, am Platz zu bleiben. Ich meine, meistens wissen sie ja gar nicht selbst, aber dass auch der Trainer noch gar nicht den Druck hat, sich zu überlegen, ob er das jetzt machen soll oder nicht. Und das wird auch der Grund sein. Da wird ein bruchene Haxen Karls sowieso nicht weiterspielen. Bei Verdacht nach Gehirnerschütterung haben wir den Fall schon oft gehabt, dass der Spieler dann weitergespielt hat und fatalerweise danach oft meistens auch noch als harter Hund gefeiert wird. Ja, in dem Fall also gut. Es kann natürlich immer noch passieren, dass die Concussion nicht sofort, dass die Gehirnerschütterung nicht sofort entdeckt wird. Dann werden wir immer noch Leute am Platz sehen, aber zumindest gibt es jetzt keinen anderen Grund mehr, dass das passiert. Und das, ja, gute Sache. Auch Argentinien hat dann noch Dybala gebracht für das Elfmeterschießen, aber man hätte gedacht, das wäre dann in der 121. Minute tatsächlich der Schlusspunkt, die es aber war nicht. Nein, weil zwei Minuten vorher schon was anderes passiert ist, was sich vier Minuten vorher überhaupt erst in Stehenaut können. Vier Minuten bevor nämlich Paulo Dybala eingewechselt wird, ist Germán Petzela eingewechselt worden bei Argentinien. 116. Minute Verteidiger, logisch Argentinien für 3 zu 2, 116. Minute bringe man Verteidiger für einen Achter. Ja, und Germán Petzela fährt dann mit der Hand zum Ball. War das nicht Montiel? Das war Montiel. Das war Montiel, oh, das war Montiel, Entschuldigung, das war Montiel, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil, aber auf jeden Fall tatsächlich gab es den Wechsel und wir verteidigen das jetzt runter und ja, Montiel war es, der für die Verlängerung für Nabel Molina gekommen ist, der dann eben im Strafraum 170. mit der Hand hingeht. Mit der Hand hingeht ist viel gesagt, das war halt ein harter Schuss und der hat ihn am Ellbogen getroffen, der in einer schlechten Position war, passt auch da, der Elfmeter vollkommen in Ordnung. Über Schulterhöhe. Ja, gar keine Diskussion, war ein ganz klarer Elfer, würde jetzt aber nicht behaupten, er wollte mit dem Hand dorthin gehen, sondern hat sich wirklich deppert angestellt, eher so in der Richtung. Das war in mehrer Lächeln sich trotzdem dann ein erstaunlicher Ding, weil dann ist Papé wieder zum Elfmeterpunkt gegangen, hat seinen zweiten Elfer des Tages getroffen, diesmal ohne den Handschuh von Martinez zu berühren und das hat geheißen, er ist der erste Hat-Trick seit 1966 in einem WM-Finale, seit Jeff Horst, der auch sofort darauf reagiert hat, im Übrigen, auf den Social-Media-Kanälen. Was hat er gesagt? Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass du mich auf das noch anredest, was du gesagt hast. Das Zweite, was passiert ist, dass ich Congratulations to Mbappé, whatever happens, I have had a great run als Rekordhalter. Er ist ja nicht, er ist dann auch nicht übertimmt worden, nicht überstimmt worden mehr. Was noch dazu passiert ist, Mbappé hat sich zu diesem Zeitpunkt den Golden Boot zurückgeholt. Weil der quasi jetzt ein Tor mehr geschossen hat als Messi, der hat das Spiel eröffnet mit einem Treffer, dann ist Mbappé mit zwei wieder in Führung gegangen, dann Messi das dritte gemacht, wieder gleich auf und Mbappé hat es dann doch über die Ziellinie gebracht, hat sich als Golden Boot Wiener festgeschrieben. Also Pelé und Maradona und Messi geht alles ein bisschen leichter von den Lippen als Mbappé. Nein, nur in einem Satz, wo du schon zu viel gesagt hast. Also sonst ist Mbappé schon machbar. Ja, auch das war noch nicht der Schlusspunkt des Spiels, weil die 123. Minute Wahnsinn. Also Mourney läuft in der 123. Minute allein auf den Torhüter zu, der in einer Traumparade dieses Spiel am Laufen hält. Handball-Goalie mit dem ausgestreckten Fuß noch irgendwie. Ja, und keine 20-Sekunden-Sprater. Der andere Martinez auf der argentinischen Seite Konter, Kopfball, Fünfer, relativ frei, köpft am Tor vorbei. Aber so, das war die 123. Das war eigentlich, glaube ich, circa ungefähr die 140. Spielminute eines WM-Finales. Das wäre die legendärste Minute gewesen, die wir jemals gehabt haben in der WM-Finale. Was war das Wort vor, denn der Premier League aufsteht? Was war es in Leicester? 2013, 2014, sowas? So ähnlich. Ja, ist aber beides nicht im Tor gelandet und schlussendlich geht es mit 3 zu 3 ins Elfmeterschießen. Nachdem wir ungefähr 75 Minuten ein einseitiges Pfadespiel gehabt haben, hatten wir dann ungefähr, was weiß ich, müsste man es ausrechnen, aber ungefähr gefühlt 100 Minuten ein saugeiles WM-Finale. Und? Das war wirklich alles hatte, fast. Auch Tore, 12 Tore in den letzten zwei Weltmeisterschaftsfinals, das ist mehr als in allen Finalspielen von 1990 bis 2014 zusammen. Ja, wir erinnern uns an Spanien gegen die Niederlande, ein Offensivspektakel. Oder Brasilien gegen Italien. Torschuss in 120 Minuten. Apropos Torschuss, Frankreich hatte bis zu diesem Elfmeter in der 79. keinen einzigen und auch das hat es in einem WM-Finale seit Aufzeichnungsbeginn noch nicht gegeben. Ich glaube, die Aufzeichnungen gehen bis 1966 eben zurück. Dass eine Mannschaft eine ganze Halbzeit lang nicht mal ein einziges Mal aufs Gegner schießt, zeigt schon, wie schlecht die Franzosen in dieses Finale gestartet sind. Ja, nämlich im Elfmeterschießen. Spannende Anordnung. Wir haben viel diskutiert in den letzten Jahren über wie man am besten seine Elferschützen zusammenstellt. Hier sind beide Trainer dafür gegangen, der Superstar schießt zuerst. Und der Erste, der schießt, Frankreich hat den Anfang, Mbappé schießt, Mbappé trifft, wieder ist Martinez mit dem Handschuh dran, wieder geht der Ball trotzdem ins Tor. Und dann kommt Messi und ich glaube, ich habe zehn Jahre meines Lebens verloren. Wollte schon zur Polizei gehen, deswegen. Also, rennt an, passt den Ball so um halb ins linke Eck. Loris geht zuerst in die falsche Ecke, kann sich dann fast noch umdrehen und nachspringen, kommt aber nicht ganz hin, aber das hat sich angefühlt wie ein Ja. So dieses, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und der Ball ist drin und Argentinien gleicht aus und ich habe dann mir nicht aufgeschrieben, wer als nächster gelassen hat. Ich schon. Was mein erster Gedanke war bei dem von Messi, den er da irgendwie so reingerollt hat und dann bei dem zweiten von Paulo Dybala, der nicht mal scharf genau in die Mitte irgendwie hat. Da kann man also wirklich mit dermaßen grandios schlechten Elfmetern wirklich ein Elferschießen in einem Finale gewinnen. Na ja, grandios schlechte der von Messi, er hat ihn verladen, aber er hat es dann so locker gemacht, dass er fast noch in die Hose gegangen ist. Ja eben, also grandios schlecht ist übertrieben, aber mit so, ja, es gefühlt zittrig. Ja, ja, ich finde auch, die ersten drei von deinen Argentinern hätten ganz schön in die Hose gehen können. Der von Messi, gut, er hat ihn verladen, aber wenn der Lloris trotzdem in die Richtige geht, schaut es ganz dumm aus, Dybala dann wirklich genau flach in die Mitte, also wenn der Fuß irgendwie stehen bleibt, keine Chance, dass der ins Tor geht und Paredes dann ja auch, Lloris war dran mit der Hand wieder beim Dings, also eigentlich erst der vierte Elfmeter von Argentinien waren überzeugend geschossen Elfmeter, nur, dass dazwischen halt die Franzosen schon zwei verschlossen haben. Roman und Chouamini. Genau, Chouamini daneben und pariert. Und dann war es auch wurscht, dass Moini noch getroffen hat, weil eben Motiel die Nerven behalten hat. Dass er nichts gemacht hat, genau. Und jetzt ist Argentinien Weltmeister. Ja, und jetzt ist Messi Weltmeister. Ja, da ist die Weltmeister. Argentinien ist jetzt meines bisherigen Lebens der erste und letzte Weltmeistertitel, also ich bin 85 geboren, der erste war 86 Argentinien, jetzt ist es wieder Argentinien. Das finde ich natürlich eine sehr schöne Erfahrung und sehr wichtig für die Welt. Ich war 86, hallo, warte mal, du bist, ach so, so hast du gemeint, der erste der Weltmeister geworden ist, nachdem du geboren wurdest. Richtig. Okay, da gehe ich mit. Also den italienischen habe ich gerade nicht mehr erlebt. Stimmt. Von 82, aber Italien war halt jeweils amtierender Weltmeister und jetzt, ja, ich habe, ich habe, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass das oft dann so gemacht wird, ich hatte zwei Texte vorbereitet für unsere Social Media Posts, ja, es ist dann der für Argentinien gewonnen, Campes 78, Maradona 86 und Messi 2022 und das ist, und ja, also, er spielt bei Paris Saint-Germain, er ist, er hat durchaus ein nahes Verhältnis mit Katar und er ist auch durchaus bewandert, was das Hinterziehen von Steuern angeht, aber es ist schon richtig, dass dieser Spieler Lionel Messi mit allem, was er, wie er in diesen letzten 15 Jahren das Fußballspiel, also den globalen Fußball einfach verändert hat und geprägt hat, nämlich mit einer Dominiert hat, das vor allem auch Nämlich in einer Rolle, die, und das werden wir in einem späteren Podcast sicher nochmal vertiefen, für all die grandiosen Qualitäten, die ein Ronaldo hatte, und ich sage das jetzt auch bewusst in der Vergangenheitsform, war Ronaldo einfach ein klassischer Flügelspieler und ein klassischer Strafraumstürmer die letzten paar Jahre, Messi hat im Grunde genommen seine eigene Position gehabt und das in einer Mannschaft beim FC Barcelona damals zur Perfektion getrieben, die eben, wie gesagt, einfach die Art und Weise, wie Fußball gedacht wird weltweit, einfach komplett verändert hat. Ja, also du musst auch bedenken, der ist so gut in dem, was er tut, dass er Mannschaften mit absoluten Topstars durchsetzt oder auch welche, die nur manche andere haben, die sich sofort unterordnen, die sagen, okay, der hat seine Sonderrolle, wir müssen da ein bisschen mehr mitlaufen, das ist natürlich bei Argentinien diesmal noch viel auffälliger gewesen, als es zum Beispiel Barcelona jemals gewesen ist, aber im Prinzip ist auch dort nicht so viel anders gewesen, dass sich Spieler wie Xavi, wie Iniesta und später halt auch andere Topstars vorne untergeordnet haben gesagt, okay, wir müssen lieber Meta mehr rennen, weil der macht Special Things, wenn wir ihn machen lassen und man hat es auch bei dieser WM gesehen, andere haben die harte Arbeit in der Defensive gemacht, Messi hat die Verantwortung gewonnen, wenn er noch vorn gegangen ist und es ist ja oft so, dass diese Personalisierung im Fußball gefällt mir nicht immer, wenn es heißt Polen gegen, keine Ahnung, wenn sie spielen und dann ist das nur Lewandowski, sehr Blödsinn, diese Individualisierung ist natürlich immer ein bisschen Schwachsinn und ein bisschen der Moedian-Logik geschuldet, aber heute muss man sagen, dieses Finale war nicht, das war nicht übertrieben, Messi versus Mbappé zu sagen, weil auch wenn Mbappé quasi 75 Minuten unsichtbar war, danach hat er Frankreich ganz stark nochmal so weit wie möglich zu diesem Titel getragen und Messi hat es auch einfach wieder gemacht, ja, der hat auch, es ist nicht so, dass die Maria deshalb keine Rolle gespielt hat oder Alvarez oder alle anderen oder die Paul, der gerannt ist, wie ein Wahnsinn, aber im Endeffekt, dort, wo es dann nach vorne gezählt hat, hat Messi eigentlich immer seine Finger mit drin gehabt, zwei Tore und das andere, diesen Konter, der schwerste Pass war, den er gemacht hat, finde ich, also, hat ganz verdient seinen Titel noch geholt, also für Argentinien ist es eh wurscht, werden jetzt, ob man sagen, es ist ein Messies-Titel oder Argentiniens-Titel, die sind alle heute in ecstasy, aber für ihn, es ist schon ein krönender Abschluss, also nicht einmal Abschluss einer Karriere, aber Höhepunkt. Punkt. Ja, es ist der Abschluss seiner Länderspielkarriere, das hat er ja schon angekündigt und es ist schon erstaunlich, wie jetzt in den letzten zwei Jahren, zwei, zweieinhalb, drei Jahren, sich auch das Bild von Messi in Argentinien gewandelt hat, weil, wir dürfen nicht vergessen, Messi war immer der Außenseiter, er war immer so der, der gefühlt irgendwie gar nicht mal ein echter Argentinier war, der mit spanischem Akzent gesprochen hat, nicht mit Argentinischem. Es hat ja auch immer die Diskussion gegeben, der Maradona war der Fußballer für die Männer, der war männlich und das Männlichkeitsbild und Messi war halt immer so ein bisschen ein ruhigerer Typ, nicht so ein Machismo und das, das da hat es ja in den letzten Jahren ganz viele Diskussionen darüber gegeben und das war wirklich, davon war diesmal nichts. Und das vielleicht auch, weil Maradona diesmal nicht auf der Tribüne gesessen ist. Das, das mag sein und es spielt mit Sicherheit auch mit, dass die eben voriges Jahr die Copa America gewonnen haben in Brasilien und, und dass auch, auch Messi sich, auch, auch, auch sein Verhalten ein bisschen, er, er ist gefühlt, es klingt jetzt blöd, wenn man sagen, er ist ein bisschen erwachsener geworden, vielleicht auch in den, in den Augen von den argentinischen Fans, weil es gab da eine Szene, war auch mal bei Copa America, ich glaube, keine Ahnung, war es ein Spiel gegen, gegen Chile, wo er dann vor laufenden Kameras und richtig, richtig eine Schimpftirade dann losgelassen hat gegen den Schiedsrichter oder so, dass die, ich kann mich an die Szene nicht mehr genau erinnern, aber dass das schon so ein bisschen das Image auch geändert hat und natürlich, dass Messi Argentinien dann jetzt eben letztes Jahr zum, dann doch zu einem großen Titel geführt hat, nachdem sie 14, das, das WM-Finale in Verlängerung verloren haben, nachdem sie 15, das, das Copa-Finale verloren haben gegen Chile im Elfmeter schießen, 16 gleich wieder gegen Chile im Elfmeter schießen und nachdem dann die WM 18 so fürchterlich in die Hosen gegangen ist, dass sie dann wirklich 21 diesen großen Titel gehabt haben und es war auch einfach zu erkennen in den, in den, in den Gesängen, es gibt dieses, dieses, diesen Muchachos, dieses Lied, was dann von den argentinischen Fans auch gesungen worden ist, wo sie eben wirklich sagen, Diego und Lionel und auch in den Fahnen und in der ganzen Bildsprache, sie haben ihn jetzt endgültig auch im Turnierverlauf schon wirklich nicht nur ins Herz geschlossen, sondern im Grunde genommen schon gefühlt auf die Stufe von Maradona gesetzt und jetzt mit diesem WM-Titel ist es dann noch mehr und dazu, da gibt es auch noch eine ganz witzige statistische Parallele, dass Messi vom ersten Spiel und wir dürfen nicht vergessen, das haben sie verloren gegen Saudi-Arabien, ist der erste zweite Weltmeister, der sein erstes Spiel verliert und dann auch Weltmeister wird. Auf jeden Fall vom ersten Spiel bis zum Halbfinale war Messi an 45 Torschüssen beteiligt für Argentinien, das waren 56 Prozent von Argentiniens Torschüssen und das ist fast auf die Kommastelle die gleiche Prozentzahl wie bei Maradona 1986. So schön, Ja, insgesamt einfach finde ich ein schöner Ab, das passt einfach, das ist eine schöne Geschichte für den Fußball, nicht so schön ist natürlich, das habe ich fast schon ein bisschen Übergriffe gefunden bei der Zeremonie. Ja, absolut, ganz schön. Ich finde Übergriffe gegenüber Messi, aber auch ein sehr schönes Bild dafür, was die FIFA dem Sport mit dieser WM angetan hat, wo Infantino und der Emir von Katar Messi in einen Fetzen zwängen und im Nachrennen und ihm gemeinsam den Pokal hinhalten, als hätte irgendjemand Lust, ihre beiden Fressen gerade zu sehen. Ich hätte so gern gesehen, dass Messi den Vogel zeigt, sich das Ding schnappt und zu seinen Teamkollegen rennt. Wirklich. Ja, wird er in der Situation natürlich auch nicht machen, aber es war wirklich weh und FIFA wird hoffentlich noch lange unter dieser WM leiden und es ist weh. Also das hat wirklich so einen schönen Schlusspunkt unter das gesetzt, was hier eigentlich alles falsch gelaufen ist. Wir haben eine sportlich schöne WM erlebt, muss man wirklich sagen. Dieser Termin im Dezember finde ich, hat der WM nicht geschadet. Die Spieler waren viel besser im Saft, als sie sonst gewesen sind. Es hat mich als Fan jetzt auch nicht gestört, dass ich nicht auf eine Fanmeile gehen kann, sondern am Abend wo eh dunkel ist, Fußball schauen kann. Das alles war egal, aber natürlich die ganzen politischen Begleitumstände von der korrupten Vergabe bis hin zu den mörderischen Arbeitsbedingungen, zu den Menschenrechtssituationen in Kadar, wo man einfach wirklich bis zu der letzten Phase des Turniers wirklich keinen Bock drauf gehabt, hat sich das immer so ein bisschen mitgeschwungen. Stadie, die kein Mensch braucht vor allem. Und ja, jetzt am Schluss, es hat der Fußball ob Siegt, es war so viel Dramatik in der Schlussphase des Turniers drin, dass man als Fan irgendwie nicht anders kann, als dann natürlich dann auch wieder vor allem an Fußball zu denken. Aber es war, man darf das nicht vergessen, es war eine Scheißveranstaltung von einem Scheißverein in einem Scheißland und das, ja, irgendwas muss ich da ganz dringend tun. Vielleicht sprengt sich die FIFA eh bald mal auf. Wir wissen ja, die Klub-WM, die jetzt angekündigt worden ist, wird in der UEFA nicht die wahnsinnigen Freuden zum Beispiel mitbringen. Aber gut, das ist ein anderes Thema und Argentinien sollte man auch, ist vielleicht auch noch ein Talking Point, da wird es vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wir haben ja das erste Mal seit 20 Jahren, seit 2002, dass ein nicht-europäisches Land Weltmeister geworden ist. Man könnte diskutieren, wie viel Argentinien in diesem WM-Titel dann wirklich steckt, weil kein einziger Argentinier von der Stammformation oder von denen, die wirklich eine Rolle gespielt haben, in Argentinien spielt und auch Lionel Scaloni seine Spielerkarriere zu 80% in Europa verbracht hat bei Deportivo La Coruña und bei Lazio und das im Endeffekt dann auch auf seine Co-Trainer zutrifft. Ich denke an Walter Samuel, aber das wäre eine Diskussion vielleicht für ein anderes Mal. Ja, aus dem was man schon sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit einer Diaspora Mannschaft zu tun haben, die sind halt alle schon in Argentinien zumindest selbst Messi hat ja einige Zeit in Argentinien gespielt, wir wissen, der ist sehr früh nach Barcelona gegangen, aber prinzipiell trotzdem auch dort aufgewachsen, hat dort bei Klubs gespielt und das gilt für die ganze Mannschaft. Also natürlich gehen die größten Kicker der Welt immer nach Europa, wo das Geld im Fußball steckt, gerade nicht in Argentinien, wo es überhaupt kein Geld für gar nichts gibt, aber es ist keine Mannschaft, die irgendwie zusammengekauft wurde von einem anderen Kontinent oder wo die siebte Großmutter noch vielleicht irgendwo in diesem Land geboren worden ist und darum ist man spielberechtigt. So wie es die Italien mit gebütigen Argentinien nämlich gemacht haben. Ja. umgekehrt. Also ich meine, jeder gibt es immer für und wie das dazu. Marokko war ganz stark so eine Mannschaft diesmal und kann man jetzt auch nicht sagen, dass es in irgendeiner Form eine Aber von so was sprechen wir bei Argentinien halt nicht. Es ist eher eine klare Folge der ökonomischen Situation die es auf der Welt gibt. Das Geld ist in Europa und nicht in Argentinien. Darum spielen die natürlich nicht alle hier, weil sie gut genug dafür sind. Der Einzige, der in Argentinien spielt im 26-Mankar ist Ersatztourhüter Franco Armani von River. Und es wird auch den Argentiniern, glaube ich, im Moment ziemlich scheißegal sein. Ja, also gut. Naja, passt. Ich glaube, damit haben wir dieses Finale und damit auch die WM würdig gecovert. Ich denke, wir treffen uns nach Weihnachten wieder zu einem Podcast. Wir treffen uns nach Weihnachten wieder. Es wird jetzt in den nächsten Tagen natürlich noch die letzten zwei Kontinentalbilanzen geben über die Großen aus Europa und die Mannschaften aus Südamerika, die eben die beiden, die jetzt noch beteiligt waren und natürlich unsere große Abschlussbilanz, wie das von uns gewohnt ist. Genau, aber dann ist diese WM abgeschlossen und es geht zurück in den Ligenalltag, gleich nach Weihnachten Premier League. Das Thema vom nächsten Podcast haben wir noch nicht festgelegt, aber wir wissen nach Weihnachten in dieser ersten Ligenphase werden wir wieder für euch da sein. Wenn nichts Bösartiges dazwischen kommt, natürlich. Na gut, ich danke euch allen fürs Zuhören, danke Philipp fürs Quatschen. Ja, und wünschen euch einen schönen Weihnachten. Das ist ungewöhnlich für einen WM-Podcast, aber frohe Weihnachten, schöne Feiertage, was noch immer Feiertz. Have fun. Ciao. See you.